Musik Aloha, liebe Gitarrengemeinde, heute für euch in der Vorstellung die Ortega Ukulele. Die Ortega Ukulele wurde uns zur Verfügung gestellt in zwei Ausführungen, in der etwas größeren Konzertvariante, die ich gerade hier gespielt habe und in der etwas kleineren Sopran-Ausführung. Tuning ist für alle Ukulelen dasselbe, Standard-Tuning. Es gibt beide Modelle mit Zebraholz, was sehr dekorativ ist, das habe ich hier auch mir gerade geschnappt zum Spielen und die etwas schlichtere Mahagoni-Ausführung. Alle Ukulelen haben gemeinsam, das ist jetzt was Besonderes, im Gegensatz zu den Mitbewerbern, würde ich sagen, ein recht ausgeschlafenes Tonabnehmer-System mit einem eingebauten Tuner. Das heißt, man kann das Ding auch wirklich live einsetzen in der Band und verstärken. Ihr werdet das Signal im Video sicherlich auch hören. Man kann diese Ukulelen wunderbar stimmen, weil ihnen wirklich funktionierende Stimmmechaniken zuteil wurden. Man kennt ja noch diese einfachen Pinne, die es auch mal gab bei Ukulelen. All das hier wurde praxisgerecht optimiert. So, und wir hören uns ein paar Modelle an. So, wir hören die kleinere Sopran-Ukulele in Mahagoni-Ausführung. Einmal nur das Mikrofonsignal aus dem Raum.